Hallo Leute! Wie ihr sehen könnt, Eisen ist alle. Das heißt, bevor wir uns den blauen Schallkreisen widmen können, müssen wir von hier hinten die Bänder nach vorne legen. Nicht, dass unser ganzes Setup zusammenklappt. Wir nehmen das unterste und ziehen das einfach mal durch zwischen all den Bäumen und Klippen. Und wir packen das provisorisch mal hier ran. Mit einem bevorzugten Eingang links. Das heisst, alles was von der alten Schmelze noch kommt, das nehmen wir von dort. Ansonsten von Neuband. Und dann legen wir auch gleich nochmal ein Arm für Kopfform. Und das ist wahrscheinlich das nächste, was uns ausgeht. Auch hier bevorzugt der Eingang hier von der alten Schmelze, so dass wir die Erze aufbrauchen, die auch in unserem Feld drin sind. Und da waren die Förderbänder alle. Und vielleicht müssen wir uns dann auch darum kümmern, dass wir ein Steinfeld anschliessen. Dass wir genügend Stein haben. Denn hierfür brauchen wir einiges an Sand. Das müssen wir auch mindestens auf rot upgraden. Und letztendlich wird der Sand dann ja mal von da hinten kommen. Wahrscheinlich machen wir hier ein eigenes Setup nur für Sand, dass wir weiterreichen nach vorne. Ich mache mal die Kupferlach fertig. Und dann schauen wir wegen Steinfeld. Nun, soweit habe ich das mal geschafft mit den Ressourcen, die ich gerade zur Hand hatte. Wir gehen da oben an unser bestehendes Gleis. Einmal über das Gleis. Und dann da unten wieder ran. Und dann können wir hier in den Bahnhof reinfahren. Ich mache mal das Steinfeld fertig. Und dann können wir schauen, wie das beim Bahnhof aussieht. Sodass wir da mehr Sand rausbekommen. Und wie wir den Sand dahin bekommen, wo wir ihn brauchen. Die Förderer laufen an. Und wir haben eine weitere Ressource an unser Zugnitz angeschlossen. Früher oder später werden wir jedoch mit zu einem Setup, wo wir dedizierte Linien von Minern in einem dedizierten Van Gogh-Laden Probleme bekommen. Denn unsere Züge sind ja so getaktet, dass sie hier warten, bis sie voll sind. Aber wenn zum Beispiel hier nichts mehr zu holen ist, dann wird der vorderste Wagen auch gar nie voll werden. Das heißt, da müssen wir wahrscheinlich hier vorher noch einen Balancer mit reinpacken, um sicherzustellen, dass alle Güter gleichmäßig verteilt werden. Wenn wir schon hier oben sind, dann können wir auch gleich noch den Zug da oben fertig machen. Ich habe schon mal eine alte Stelle hingestellt, die da heißt Chlorbeladung. Aber beladen wird da noch nicht viel. Ich brauche Pumpen. Pumpen, 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 Pumpen. Da habe ich genau zwei. Das reicht. Ähm. Und dann hängen wir das einfach mal hier ran. Und Voila. Wie wir diesen Zug dann fahren lassen, müssen wir auch noch schauen. Denn wir werden mehr als eine Mine haben. Ähm. Wo wir wo wir wo wir den äh Zug hinschicken müssen. Ähm. wir wollen sicherstellen, dass alle Minen die gleichen Chancen haben. Gut. Dann aber auf zum nächsten Projekt. wir wollen schauen, wie wir da mehr Sander draus bekommen. Bevor wir mit der großen Planung loslegen, sollten wir wahrscheinlich sicherstellen, dass wir dann auch Stein haben. Indem wir unseren Stein Zug losschicken. Leeres Frachtinventar. Und weg Isa. Gut. Dann denke ich hier oben haben wir etwas Platz. Ich bin dann noch etwas am Kraften. Zwölf zur Kleiner. Das sollte reichen um ein volles Band. Und zwar das schnellste Band, das wir irgendwann mal bauen können. Und unser Zug ist der Spritter ausgegangen. Das sollte eigentlich nicht passieren, denn er wird hier am Bahnhof betankt. Da noch schauen, wie so da es nicht funktioniert. Und da haben wir das Problem. Der Greifer für die Kohle ist nur eine Blaupause und kein effektiver Greifer. Da geht dann natürlich auch höchstens virtuelle Kohle rein. Ich muss noch etwas warten, bis ich die zerkleinerer habe. Aber ich kann hier schon etwas ausholzen. und dann müssen wir schauen, wie wir ein Layout hinbekommen, das vernünftig ist, sodass wir viel Stein reinschieben können und noch mehr Sand raus bekommen und das Ganze auf die Bänder verteilen. Für dieses Konstrukt werden wir uns eines Grundsatz bemühen. Er kommt aus der Lehre, klingt in erster Lede mehr nach Geschichte, denn er heißt Divide and Conquer, aber er ist in der Informatik zu Hause. wo man ein großes Problem aufteilt, nicht in kleinere Probleme, sondern gleichmäßig in zwei Probleme, die gleich groß sind und dann die quasi parallel abarbeitet. Und was wir hier machen ist hier werden wir einen Eingang haben, wenn wir hier in einen Crusher reinschieben dann haben wir hier einen Ausgang den wir hier auf ein Bann legen und dann spiegeln wir das Ganze und das sind das ist die erste Teilung und das Ganze machen wir nochmal und mit den zwölf Crushern die ich habe den zwölf zerkleinern heißt das wir werden dann am Schluss sowas haben und natürlich sind mir die Teiler ausgegangen und so wie es aussieht gehen mir als nächstes die Förderbände aus das heißt ich decke mich da mal frisch ein das fertige Setup sieht so aus und hier mag es vielleicht wie etwas Overkill ausschauen hier einen Splitter am Ende aber das wird uns künftig erlauben dass wenn wir sehen wir brauchen mehr wir können das dann einfach nach oben erweitern wichtig ist noch das Input legen wir immer bevorzugt direkt aufs mittlere Band sodass alles gerade durchlaufen kann und hier unten kommen wir vier Bänder die wir rausbekommen aus unserer Entladung können wir auch nutzen dafür wollen wir aber hier auch noch einen teiler machen oder eigentlich einen mekanismus um sicherzustellen dass jedes Band gleich viel hat hier brauche ich ein rotes Band ein rotes Untergrund Band so wir haben auf allen Bändern Stein drauf und dann ziehen wir das einfach mal ein bisschen nach oben bis uns die Förderbänder ausgehen und da können wir das dann vielleicht mit einem roten Splitter und roten Bänder zusammenfassen und rüberführen wir werden aber zuerst sowieso noch das Steinfeld da abernten und darum habe ich da auch voll mit den Minern platziert damit da etwas vorwärts geht das heißt wir werden den Stein hiervon oder den Sand aus dem Feld hiervon bevorzugt nutzen aber wir sollten vielleicht dieses gelbe Band hier welches nach oben geht durch ein rotes ersetzen das rote Band das ist das schnellste was wir derzeit machen können blaue Bänder sind noch in künftiger Forschung versteckt und alles was wir machen können ist mit den aktuellen Forschungskarten noch diese zwei neuen forschen was ich aber noch nicht gemacht habe ich möchte zuerst die Launschallkreise automatisieren und da haben wir das Band von hinten am bestehenden Band dran wo wir auch nun auf rot sind und so wie es aussieht ist da noch ein gelbes Band dazwischen und dann sollten zumindest ein paar mehr Elektrolyseanlagen laufen wenn wir ein volles rotes Band bis hierhin bekommen statt 4 sollten es dann 8 sein ja das sieht gut aus das heißt für alle bräuchten wir doppelte Geschwindigkeit vom roten Band das sind 60 Items pro Sekunde unsere Verschmutzung nimmt zu da hinten da geht es schon nahe an die nächsten Nester ran und hier unten hängt sehr stark davon ab wie sehr wir Kupfererz fördern wie sieht es denn hier aus der Zug wird beladen aber wir haben noch nichts gefördert wie voll ist denn der Zug zwei Drittel dauert noch ein Weilchen das heißt wir haben Zeit die blauen Schallkreise zu machen aber das in der nächsten Folge denn für heute ist Schluss hoffe es hat euch gefreut und ich sehe euch das nächste Mal wieder bis dann und tschüss